Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute wieder das gleiche Objektiv wie gestern und es ist die letzte Chance im FNCS sich zu qualifizieren. Es ist nur noch Platz für 12 Teams. Einmal die komplette Übersicht werden wir natürlich am Ende des Videos machen, welche 50 Teams sich qualifiziert haben fürs große FNCS, wo es um 1,4 Millionen Dollar nur für EU geht. Das ist komplett geistesgestört. Das Ganze ist Duos. Heute ist Reason mit dabei und muss sich qualifizieren. Es ist der letzte Qualifier, wo sich qualifizieren kann. Sechs Runden hat er Zeit und jetzt einmal zum Format. Sechs Runden werden gespielt. Aus diesen sechs Runden kommen sechs durch einen Win weiter und sechs durch Consistency. Ganz normales Placement. Das sind die zwölf Teams, die dann nochmal ins Finale einziehen. Reason muss rein, Lechi muss noch rein. Benji hat sich gestern Gott sei Dank noch qualit. Es sind so viele, die sich noch qualen müssen. Henn und Kweezy haben sich schon qualit. Julian kommen, super viele Deutsche. Hey, das ist, das ist crazy. Leute, falls euch das Ganze gefällt, gerne den Creator-Code AMA eintragen. Und freut euch auf die Viewing-Party. Next Level. Nächste Woche Samstag und Sonntag. Live hier auf Twitch. Um 18 Uhr starten wir schon. Oder 17 Uhr. Ich glaube, 17 Uhr gehen wir da schon live. Also macht auf jeden Fall die Noti hier auf YouTube und auf Instagram an. Als aber auch auf Twitch. Wollte ich sagen. Abfahrt. Soll ich mal in Paint reinschreiben, wer sich alles für mich qualifizieren soll heute? Oh. Hä? Was macht ein Pablo da? Ist der hässlich. Wir machen mal einmal kurz eine Paint auf, Chat. So, für mich ist ganz klar. Reason. So, 12 Teams. Yannis. Viko. Frey. TikToker. Äh, Stompy. Lechi. Hype. Flixi. Jerky. So, Till. V1. Da packe ich noch Refscut dazu. Und wir streichen immer von der Liste, Chat, wenn sich eins von unseren Teams hier qualitert. Das ist jetzt unser Fahrplan. Abfahrt. Ich weiß es nicht. Er laggt im Kopf. Und jetzt haben sie es. Wichtig. Reason in the Lake im Rotation Chat. Flopper Frey schon down. Yikesian auch gerade down gegangen. Ach du Scheiße. Die Jungs müssen alle Konsisten spielen mal. Guck dir, guck dir an, guck dir an. Der macht jetzt Kills. Guck mal, wie er den Haaland macht. Hinter dir. Bro. Bro. Lucia. Verpiss dich. Oh mein Gott. Die Zolle geht es wieder mal. Sehen wir nicht? Reason. Dreht jetzt hier ab. Arthur, der Pole. Sie rotieren gut. Sie rotieren sehr gut. Das ist eine nice Rotation. Schön hinter sich zubauen. Perfekt. Jetzt nochmal zubauen. Nice. Genau so. Ab jetzt nur noch 100 Brick. Julian kommt mit einem Kill. Wichtig. Julian kommt down. Durch Viko. Yikesian wieder live chat. Er ist wieder tot on the life. Yikesian wieder tot. Wie auf Chirpter. Yikesian schon wieder. Wir sind im Kill. Vortex auch down. Er hat das beste Aim. Max Damage. Hygrond ist sehr effen effen. Und Viko weiterhin mit dem Big Big Bababobo Missing Kills. Die müssen aber mal Minis tauschen. Minis tauschen. Bitte Riesen. Bitte Riesen. Bitte Riesen. Er hat keine Heal. Er hat alles. Warte mal. Warte mal. Oh. Oh mein Gott. Das ist der Win. Das muss der Win sein, Chance. Was geht ab? Nein, Hygrond gewinnt. Das ist obvies. Wer ist das? Jetlag. Jetlag im Boot. Der geht jetzt ins Boot rein. Digga. Der ist im Boot oder unter Boot oder ab. Viko. Viko. Schade. Egal. Top 4. Unter den. Unter ihn. Digga. Wie viele Kills machen sie denn? Das ist doch Kronkh. Wir haben sehr viele Mets. Oh mein Gott. Sie haben alles. Sie haben alles. Warte mal. Er hat aber noch eine Harpune. Er könnte von ihm so... Aber die haben Wasser, Digga. Bis es nicht so... Die müssen ehrlich einen Zaubertrick jetzt machen. Bitte macht den Zaubertrick. Bitte macht den Zaubertrick. Bitte macht den Zaubertrick. Nein, nein, nein. Aber gute Runde. Gute Runde. Gute Runde. Ewiger Zweiter. Ja, ist schwer, aber das ist gut. Das ist gut. Die haben richtig viele Punkte gemacht. Dickes, fettes GG. Trotzdem an den guten alten Reason. Und Despacitos. Despacitos erster im Cash Club geworden. Und jetzt hier. Revscut und Clowns geht, Chat. Und guckt euch das an. Wir können direkt eine Sache von unserer Liste streichen. Unsere Top 12, die sich hier heute qualifizieren müssen. Das Team von Revscut ist durch, Chat. Dickes GG. Jetzt einmal die volle Ladung, Chat, okay? Einmal die volle Ladung jetzt. Okay, komm. We just need to fucking kill these kids. Yeah. Ich have to go inside the ladder. Genau, I'm going out. I'm going out. Let's go, let's go, let's go. Nice, nice. Cool. Genau so, Meine lieben Damen und Herren da draußen Muss eine Reaction sein Genau so muss eine Reaction sein Geil Oh nein Leji und Swilliam sind dead Ja Nein Oh mein Gott, der Spacitus Du hast doch gerade noch den Solo Cacheup gewonnen Jetzt musst du doch nicht joken Erschieß nicht Erschieß nicht Oh nice Das ist euer Refresh, das ist das Lama, was ihr benötigt habt Wichtiges Lama, wichtiges Lama und jetzt lauft Oh, Glubschi und Frey, man Sind die nervig Till ist down Scheiße Und die Zone Pult nochmal fahren Sie müssen jetzt einfach links lang laufen, Chat Aber mit Vollsprint und Vollkaracho Den Harland machen Oh, ja Hol dir Older, der ist One Das weiß er aber nicht Older down Reason wird sich safe callen Wenn die so weiterspielen, sind sie called Was macht er da Oh mein Gott, der Spacitus, bitte lass das doch Diese ganzen fancy Plays Sie haben keine Wände mehr Ab jetzt brauchen sie ein Refresh, Chat Ab jetzt muss er ein Refresh knallen Top 10 Situation Vortex noch alive Wichtig Vortex und Jan ist noch alive Reason auch noch alive Vico noch alive Es sind so viele geile Deutschsprachige noch alive Julian kommt auch noch alive Aber er ist noch Sind alle minderjährige Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist gut für Vico Vico, Vico, Digga Let's go Sie hat schon wieder Top 5 Nein, schade Vico Top 5 Egal, nehmen wir mit Und Jannis auf dem High Ground Meine lieben Damen und Herren da draußen Zwei Builds Zwei Builds und keine Muni mehr Aber warte mal Das sind zwei Solos Zwei Solos Das Ding ist durch Das Ding ist durch Bitte Jannis Bitte Jannis, mach es Bitte Jannis Bitte Jannis Oh mein Gott So lucky Halt's Maul Wie cool, Chat Wir könnten noch ein Team Von unserer Liste streichen Meine lieben Da wohl er da draußen Ja Ja, ja, ja Kommt alles auf Viewing Party im Next Level Ist das ja cool Und wir können hier Ein weiteres wegstreichen Und das ist Jannis Zwei Runden gespielt Zwei Runden unserer Teams Sind durch Und Vico und Reason Sehen auch richtig gut aus By the way Runter, runter, runter Runter Ich glaube ich habe keinen Das ist doch gleich Ich habe keinen Das ist doch Das ist doch Und 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 das ist doch Ich brauche Emo Ich habe null Emo Ich habe null Emo Hier, nimm, nimm, nimm Ich habe neu, ich habe neu Let's go Let's go Let's go Zorkel, go Oh mein Komm runter, runter, runter Let's go Let's go Rein In die dritte Runde Chat 35 Leute sind noch alive Sie haben wirklich Keine Mets mehr Und das war's Ja Apropos keine Mets Sie haben wirklich Gar keine Mets mehr Müssen sich jetzt hier Splashen Ein Splash Zwei Splash Drei Splash Keine Mets Keine Minis Kein Heal Runter, runter, runter Hol den dir Nein Nein Ja Oh mein Gott Let's go Aus Versehen Riesen Ist das dumm Der drops ist durch Top 13 White ist immer noch alive White ist die ganze Zeit Solo Digga Guck mal hier aber Gabix und Tatien Was ich vorhin gemeint habe Die werden die Runde gewinnen Allein schon Guck mal die haben alle Fünf Jump Mets geused Aber dafür haben sie halt High Ground mit Full Mets Dann haben wir noch White ist jetzt down Okay wir bleiben auf Gabix und Tatien Das hätte ein Rasenmäher werden können Aber ihr wolltet Dass ich auf die Deutschen gehe Unlucky Die haben perfekt gespielt Nice Zwei gegen Eins gegen Eins Situation Der drops ist so gelutscht Für die da unten Sechs Kills haben sie Die Jungs sind durch Wow Dickes GG Lass schon mal GG's im Chat Lass schon mal GG's im Chat Einer ist immer noch in der Zone Der könnte sie komplett griefen Dann dir Der könnte sie so doll griefen Nevermind Guckt's euch an Chat Stanner kommt aus dem Nichts Guck mal Stanner kommt aus dem Nichts Und Gabix und Schmäcki Müssten jetzt unsere Winner sein Die haben Die haben Christian Dior Sie haben sechs Splasher Sie haben Also die haben wirklich alles Um einfach sogar als Duo Alive zu bleiben Schmäcki Und Tatien Dickes 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 Fettes GG Er ist halt auch Controller Spieler Gabix Wichtig Let's go Let's go Let's fucking go Nice Schmäcki Nice Let's fucking go Bravissimo Oh my god Bravissimo Let's go nice Let's fucking go Mamma mia Mamma mia Dick Mamma mia Drei Teams qualified Clownsky Rapsguard Vortex Yannis Sehr geil Schmäcki und Tatien Gabix Warum sag ich immer Tatien Weiß nicht Und sechs Teams folgen danach Viko Yikesian Reason Despacitos Die sind schon so gut wie durch Fnayan Yusri Stena Julian Kommen Ja Das wären die Top 6 gerade Ijob und Jerky müssen jetzt einen Win holen Genauso wie Stompy Hai Frey Lechi Boah Die sind alle so am Arsch Scheiße Aber guck mal Shiptare von hinten Und JT Kwong von hinten Beide immer von hinten Boah die mögen das Das war das für ein Shot Bro was war das für ein Shot Ist echt so Er ist einfach explodiert Er ist ehrlich explodiert Aber warte mal Er kann ihn resen Er resen sogar Klatsch Warte das ist smart Aber die Zone ist so viel zu close Nee nee das geht Das geht Die haben sogar Er hat auch noch Spashies Spashy 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 Mit ihm Mit ihm Nein ist alle Spashies gejustet Er hat noch 3 Niko ist gestorben Was soll das Niko ist tot Oh scheiße Das ist der Refresh Das ist sogar der Heiß Also ich sag dir ehrlich Den würde ich es auch gönnen Wenn sie jetzt einfach Einfach auf Halt gehen Und die Runde gewinnen Sag ich dir ehrlich Let's check it Die haben sogar noch ein paar Mets Oh oh Guck mal hier Guck mal Letgy an Was macht ein Letgy Letgy zeigst mir Nein Erthroat Erthroat Till Das ist Till auf Halt Bitte fightet euch nicht Hört auf damit Er hat keine Mets Schwelio Letgy Letgy klatscht Nieder diesen Guck What Letgy Letgy Vater Oh mein Gott Wie sie noch gegrieft worden sind Flixi Und kick du Egal Wenn es jetzt ein Team machen soll Chat Acht Kills haben sie schon Wenn es ein Team Adrian 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 Aber das wäre das erste Mal Das Loground gewinnt Das passiert nicht Das kann ich passieren Guck's dir an Siehst du Siehst du Das ist du Unbeliever Was macht Flixi da Ist der dumm Oh mein Gott Nein Oh mein Gott 4 HP 4 HP Das nächste deutschsprachige Duo Dickes Dickes GG Aber bevor wir da reingehen Können wir noch ein Team Von unserer Liste streichen Gucken wir mal kurz rein Okay Ab in die Reaction Oh nein Er hat sogar Bass boosted Dicker Wie kann der so spielen Dicker Was ist das mit Bass Der hat so reingecarriet 100 Der Team hat einfach gar nichts gemacht Nice Let's go Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Yeah Let's go Nice Dicker Let's go Flixi Nein Liko tot Oh wichtig Jerky aber auch tot Unlucky Oh Tüger Was ist das für Schelle Schöner Refresh Oh noch mal Splashies 12 12 Splashies Und ein Flopper Und 1000 Mats Digga bitte bleib nicht auf Holz Oh mein Gott Frey get down mit 12 Splashies Frey dead mit 12 Splashies Das kannst du dir nicht ausdenken Chat Eidop noch alive Eidop alleine Die Eidop sind jetzt gerade tot Nein Nicht von hinten Schön Nako Oh mein Gott Oh mein Gott Nako Oh mein Gott 5 AP Oh Zone Oh mein Gott Stompy und Juice Oh mein Gott Head small Hey Meine Brüner Ich wollte noch was sagen Digga Aber das ist zu zutze gewesen Die haben 116 Points 117 sogar Die sind sogar schon fast so Qualled Jungs Zweiter Platz reicht euch schon Zweiter Platz reicht euch schon Dann seid ihr Qualled Nein Okay 6er Platz ist scheiße Scheiße Fnayan ist zum Beispiel auch schon cold 160 Punkte Kebab Boah Digga was ein krasser Shot Jetzt hier Waffler auch noch alive Und es ist eine 2v1v1 Situation Das einzige Duo hier unten im Logo Und diesem One Shot Das ist so ein Bait Das ist so ein Bait Wow Wow Das ist so ein Bait Was ich gerade mir angeschaut hab Gewonnen Hier Splash ist noch zander Aber da will ich Waffler sehen Digga wenn er das verdient Ist anders peinlich Peinlich Spaß Nein das war Er war neu im Spiel Er hatte keine Wads Er kann da nichts gegen machen Oh nein Leji ist nicht cold für FNCS Nein Ist natürlich better Mit Fortnite Wir fangen direkt mit Fortnite gleich an Das wäre zu hart Aber ich würde am Po Oder am Oberschenkel Fulipi ist dead Wichtig Alright Wir haben jetzt hier Despacitos und Reason Die sind schon so gut wie qualifiziert Ist das mein Pferd Das ist mein Pferd ne Issa Ja Okay Vigo ist glaube ich noch live Ja okay die sind schon durch 147 Punkte Die sind im FNCS Finale Geil Bleibt bitte einfach nur am Leben Ihr braucht nur die Placement Points Mehr braucht ihr nicht Ihr habt so viele Splashes Ihr braucht kein High Ground Ich sag dir sogar ehrlich Mir ist es egal ob sie den Win holen Mir geht es wirklich nur darum Dass sie jetzt nicht einfach qualen Ich will ihn bei der Viewing Party Next Level dabei haben Ich glaube die sind schon durch Aber sicherheitshalber Nummer 5 Ich guck mal kurz Nee Jerky und Eyedrop sind auch noch live Ich bleib mal auf denen drauf Die brauchen sogar noch Punkte Die brauchen sogar vielleicht den Sieg Till ist noch live Der braucht den Sieg Kein Julian komm Julian komm ist fertig Scheiße Oh wichtig Eyedrop Wichtig Das passiert uns dead Sind die auf Hyde? Guck sie an Guck sie an Guck sie an Boots Digga Oh mein Gott Keine Metz mehr Keine Metz mehr Ich mach so Augen Das ist keine Ahnung Sie brauchen hier Was macht er da? Eins Flasher Bitte gewinn Bitte gewinn Die müssen gewinn Chat Was Digga Wenn du das klatscht Digga Dann zeig ich meinen C*** am Stream Man Was macht er denn da? Digga Ich wollt ihn unbedingt sehen Ich weiß es nicht Siren und Azvi Ok Siren hab ich schon mal gehört Ich glaub das sind Dänen Ich glaub das sind Dänen Chat Arte Reaction Andere Reaction Top 50 zeigen Das war die Runde davor Wie cool Die Jungs von gerade Siren haben die Haben die eine Reaction hochgeladen Die haben nichts hochgeladen Ok Das sind die 12 Teams Die sich qualifiziert haben Oh mein Gott Gott sei Dank So Die 6 durch Wins Clownsky, Revscard Azvi und Siren Wen haben wir noch Wir haben Jannis und Wir haben Jannis und Vortex Chat Schmäcki und Tatien Kickduo und Flixi Und Arthur und Kikus Und jetzt durch Consistency 12 Teams müssen insgesamt rein Unter anderem Gucken wir mal rein Fliege Äh warte Äh Fnayan und Rabit Nice Lottix und Vettel Nice Jaxjan und Viko Richtig nice Und Despacitos und Reson Let's fucking go baby Let's fucking go Mein Sohn Mein Sohn Mein Sohn Stompy und Jusen auch Qualled Sehr geil Das heißt Drei deutschsprachige Haben sich hier durchqualled Alter wie strong Mods Richtig 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 strong Das sind Die Top 50 Duos Die mit dabei sind Im FNCS Finale Chat Also Malibuka Merstach Chappix Und Taysen Krusty Und Relvis Grolz Und Shizo Joey Und Z Andi Andilex Und Sweezy Kami Und der Poli Seti Noah Rayleigh Vedil Chips Artist Rayleigh Endretta Und Kiko Hellfire Und Scram Aqua Und Veno Kinsel Naps Mit Gin Reifler Japko Saevit Pardo Sei Snazy Eclipse Und Norxy Chico Und Trul Alter Das ist ein geiles Final Climont Und Flukito Painer Und Reizen Klimberry Und Marco Kiro Gerdi Belusi Und Haijo Stimmt Die habe ich schon Voll vergessen Flosis Und Mappi Meckes Dickes Bad Sniper Kami Und Vanyag Buback Fury Ananas Pink Kf Melody Genau das waren die ganzen Wo es nicht so spannend war Cookie Und Leon Flares war noch ganz geil Astro und Michael Benji und Mr. Savage Thomas und Trippan Hooker und Zesten Es sind so viele Deutsche im Finale Clownsky Refscout Genau und das sind alle Die sich heute noch Qualled haben Die wir schon vorgesehen hatten